Ah, meine Tastatur, die zeigt dir mal an, wie sich der Hintergrund auch gerade verhält. Scheiße. Deine Mutter. Okay, okay. Warte, wenn du so steh, bleib mal. Kann man, äh? Ah! Äh, wenn man so... Nee. Ich weiß auch nicht mal, ob da überhaupt irgendwas steht. Aber hier steht schon, aber zum Beispiel hier, Drone-Ship-Expudence-Texnic-Issual-Difficit. Das heißt, sehr schwer zu lesen. Watch the clock. Okay. Read the manual. Da steht, wir sollen es lesen, also. Oha. Okay. Ja, also man kann Service Manual lesen, damit ist die Pflicht dann wohl erfüllt. Wir finden das schon irgendwie raus, ich glaube, guck mal, sieht das direkt gut aus. Was muss man denn generell überhaupt jetzt hier machen? Geld verdienen. Cool. Wollen wir mal. Nee. Wir haben noch Degel viel erschreckt. Ich bin einfach trufft. Ich bin einfach trufft. Was? Was ist dunkel? Auch ne Taschenlampe? Statt sich ja im Manual drin oder so. Wenn es eine gibt, dann müssen wir die kaufen oder finden, glaube ich. Also bei den Keybindings haben wir nichts für die Lampe. Also Vollstatt scheint auch nur Proximity zu sein. Also schon wieder dunkel. Sackgärze. Aber es sieht hier irgendwie aus, als wäre hier so eine versteckte Tür, oder? Ja, das ist das, ja. Kann man doch irgendwie nicht so fern machen. Jetzt ist es wieder drin. Vögel. Guck mal, wir haben hier, glaube ich, eine versteckte Tür gefunden. Wie man sie einfach wissen, ist nur eine Frage. Boah, das sieht richtig aus. Aber hier ist das auch so. Vielleicht ist das, weil ich glaube, dass es random generiert wird. Wir haben ja vorhin Seed gesehen. Ego, hier ist irgendwas. Wow. How to be leise. Okay, das hat auch gegnern. Aber ich glaube, ich kann es viel mehr. Oh, die Türen, Alter, die sind ätzend. Oh, die Türen, Alter, die sind ätzend. Also im Notfall, falls ich eben in Gefahr bin, ne? Hört ihr mich? Hier ist noch was. Hier, kann ich einen zurücknehmen. Oh, ein Present. Okay, falls wir in Gefahr sind, dann rufst du da. Oh, er schreit! So, ja, vielleicht finden wir hier einen, oder? Oh, wir sind so tot, Alter. Ich habe einen Key gefunden, der lang auf dem Boden. Oh. Ja, dann geh vorauf, vielleicht brauchen wir den Film. Guck mal, hier ist jetzt die Tür offen. Ey, warte, ist das eine Mine? Ist das eine Mine, ne? Oh nein. Oh Gott, Herzinfarkt, der hat geleuchtet. Ich bin viel zu angespannt für die Scheiße hier grad, ey. Alter, irgendwie, gib mir das hier so sehr tief rein. Hoho! Ich will die Tröte, die ich verlieren. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Hier, hier ist das. Komm, nimm du das mal. Wo ist das noch? Ähm. Okay. Wo ist das denn? Äh? Hast du Strom ausgemacht? Ich heule gleich, ne? Ich hasse diese Türen. Ist das jetzt auch so an? Ja, alle in eurem Notzimmer. Also hier unten beleuchtet, oder? Das könnte die Notbeleuchtung sein, oder? Ja. Ja. Jetzt dann. Wo seid ihr? Serverraum, ey. Hier ist ein Serverraum. Hier unten. Oh nein! Wie hast du dieses Spiel? Folge der Tröte! Seid ihr unten, oder was? Ja. Hier unten. Oh Gott! Warum bin ich hier alleine? Hier ist die Tür. Hier ist die Tür. Hier ist die Tür. Ja, mach auf! Hä? Hast du auch ne Tröte gebunden, oder was warst du grad? Äh, was ist das denn da? Äh. Oh Gott! Oh Gott! Ah! Ähm. Wo ist der Imperator hin? Der ist tot! Meinst du? Ja! Guck doch jetzt doch die Blutspur! Vielleicht hat der einfach nur seine Tage, das weißt du nicht. Er hat nicht gesagt, als sonst er sich identifiziert, also... Sollen wir zurückgehen, dass wir ein bisschen Geld zählen? Ich glaube, es sieht grad hier ein bisschen gefährlich. Oh mein Gott! Lass doch die Kacke bleiben! Hinter uns jetzt! Ah! Oh nein, Mama! Ich seh nichts! Ich seh nichts! Ich seh nichts! Warte nicht drauf! Ich seh nichts! Ich seh nichts! Was sind wir da? Ah, jetzt ist er Kacke! Bisschen falsch genug! Okay, was? Was? Ich hab ihn gesehen, er hat uns verfolgt, der ist mir jetzt falsch abgebogen! Ja, schön! Scheiße, wir brauchen echte Taschenlache! Oh, ich bin stark! Ich hör die Mine! Ich hör die Mine! Was ist hier los? Steamy, ich seh dich! Ah! Hilfe! Mann! Hä? Wo bist du? Wo bin ich? Hier ist das Monster auf gewesen! Oh Gott, ja das stimmt! Das guckt mich an! Wo? Ah! Okay, ich bin tot! Sind wir alle gestorben? Ja! Thomas ist scheinbar ganz tot, weil der redet auch gar nicht mehr! Achso, ich glaub, unsere erste Mission war ein voller Abfall! Alter, wenn das Ding auf einmal in die Fresse rett, ne? Ich mach die Tür auf und krieg das Ding direkt ins Gesicht! Das ging echt schnell, ey! Wieso sind die 60%? Ich hab doch eh kein Geld! Oh Gott! Ich muss sogar Bodies recoveren! Holy shit! Ah fuck! Und das geile Ding, was wir gefunden haben, was gut Geld gibt, ist weg! Schade! Dann müssen wir direkt wieder neu landen! Wir müssen Money machen! Und wir müssen sogar eine Quote erfüllen! Was? Oh, sorry! Ja, ich glaub, wir müssen dafür ein bisschen Geld machen! Wir sollten nochmal rein was holen und einfach ganz... Ehe wir alle sterben, dass wir uns ein bisschen Taschen haben und uns holen können! Ich heule gleich! Was war das? Das war ein schönes Weg! Ja, genau! Ich glaub, wir sollten schnell versuchen reinzukommen! Kann's schnell Ponik als schaff... Copenhagen schaffst du alle... click her... also man kann die Bis jerke nicht so raus... dann bekommt man nichts so어 minus! Mann, weil wir mit Bis jerke kann weinen Curry wirken dann hat man Sex... Ja dann, dann hat das Prio. Ich werde nie wieder eine Tür aufschließen. Mann, ich vermisse die Tröte. Gefehlt mir direkt. Ich habe nur eine Eiergasse. Ich habe schon etwas gefunden, was 17 wert ist. Sie haben den Schlüssel, aber ich finde keine Türen mehr. Aber die Schlüssel müssen ja irgendwas aufmachen. Sollen wir mal draußen gucken? Klar. Vielleicht gibt es noch mehr. Ja. Das fühle ich mich nur bei dem Regen nicht vor. Ich bringe einmal den Schlüssel mit, aber ich bringe das... Oh, was? Echt? Was? Oh mein Gott! Äh, was ist los? Oh Gott! Okay, okay, okay. Gut, dass wir Bescheid gefunden haben. Und das zieht die Blitze an. Ah, cool! Ich bringe noch hinten bei der Brüche zu. Oh Gott! Seid. Jetzt! Oh Gott! Drei die Blüche zu drehen, was ich blöde so. Oh nie! Oh nein! Oh nein! kann ich wir haben wir haben verluste was mache ich mit dem kann ich den leiter meine hände sind voll kann ich mir den button pack den mal hier rein hier drin ist safe was machen wir denn jetzt mit dem Ehm! Mann! Da! Holy shit! Die Blitzschneid und den Schlüssel weg! Oh, ist das! Da ist er! Und er ist weg! Ach scheiß auf den Schlüssel! Wir haben keine Zeit für so ne Kia Mist! Das ist so geil wert! Wir müssen geht's! Nein! Das hast du! Ich seh nur durch den Schlüssel weg und jetzt ruckelt, ey! Ah, Herzinfarkt! Wollen wir mal weiter in die Schiene, wie lang oder so? Ja, ja, hat nichts aufgeklärt! Wir scheinen einfach nur End of Merck zu sein! Kannst du dich ducken? Ne, mach da drunter her! Ja, hier ist halt aber irgendwie nichts außer... Schicksalz! Hier geht's runter! Aber ich glaube irgendwie so ne Gefühl haben, als ob das hier in den Tod geht! Äh, ich falle! Wo bist du? Lebst du? Noch Jahre! Aber ich weiß nicht mehr wie lange! Ne! Okay, cool! Wir sind so lost, Alter! Du hast hier ja auch nix! Oh Gott! Was? Wo haben wir die Autos im Schiff? Nein! Haut ab, haut ab! Oh nein! Oh, rags auf, ey! Ich weiß doch gar nicht, wo wir sind! Ich seh nix! Nach links, nach links, nach links! Ah da! Du auch, nach links! Ich mein nicht! Das Schiff ist links von dir! Oh Gott! Oh Gott! Holy shit! Ja! Dann können wir starten, ey! Cool! Okay, wir haben Sips! Ja passt doch! Okay, okay, komm, diesmal! Schon wieder hier! Also, ja... Ich glaube, weil wir uns noch nicht besser leisten könnten, ähm, sollten wir eh grad erziehen bleiben, weil ich wette, alles andere wird schwieriger! Der meinte ist doch da schlapp! Boah! Boah! Okay, komm, diesmal sind wir gut! Diesmal, diesmal machen wir was nicht groß mit dir! Dann will man schon mal kleinen Gewitter, was nicht killen kann! Ey, ich wusste nicht, dass der Schüssel das halt auch anzieht, statt metallische Gegenstände, ich hab nicht mehr an die Schüssel gedacht! Was war das denn? Was war das? Das war irgendwas, was scheiße ist! Oh, this is going to be easy! Oh, hier geführt eine Leiter hoch! Ja! Maurice, äh, mehr als netter Ausblick war da auch nicht! Ah, ich... Ich hab vergessen, dass ich die Türen scheiße finde! Ich hab... 48 gibt das! Oha! 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 Bring das schon mal weg! So viel weiter! Wir kommen schnell, bevor es gefährlich wird! Geht weiter so gut! Ah, ich will aber nicht! Bevor es gefährlich wird, äh, du, Alter! Du hast halt gar nicht geleckt, also... Ja! Ach, gut! Ich sag, bevor es gefährlich wird, äh, so... Er ist doch echt schon gut, ey! Ich glaub, wir können doch schon wieder abpauen! Hier ist doch wieder nichts! Habt ihr schon... Einen Street Chat? Äh, nee! Wir sind gerade bis hier angekommen! Ah! Oh nein! Ah! Wohin! Ah! Ah! Ich glaub hier oder so! Ich hab was gefunden! Ich hab was gefunden! Ich hab was gefunden! Ja, nimm mit! Ich weiß nicht, wo ich bin! Oh! Hallo! Wo bin ich? Oh Gott! Okay! Ah! Huah! Oh! 45! Jesus! Lecker! Oh! Ich weiß doch nicht, wo die jetzt sind! Oh! Nee! Nee! Ich hör doch Vögel! Da! Hallo! Ich hab noch was holen können! Das ist, ähm, 26 wert! Ah, nice! Eine schöne Schraube! Ja! Ja! Du hast so fest den Schlüssel mal reingelegt, hat der auch was gebracht! Ich glaub nicht! Aber übrigens, ich hatte so einen Fire Exit gefunden! Ich war richtig weit da hinten! Oh! Wir brauchen nur noch 8! Wir brauchen nur noch 8! Wir müssen nur einmal rein! Wir müssen noch was holen! Okay, let's go! Zusammen bleiben! Random! War hier geradeaus irgendwo irgendwas? Hat ihr hier gecheckt? Wir hatten gefühlt hier alles gecheckt, aber... Ja! Da ging's glaub ich nur in der Sackgasse! Okay, okay! Dann müssen wir in den großen Raum und dann noch was... Wir müssen noch wegen dem Vieh aufpassen! Ich hör was! Ich hör was! Ich hab Angst! Ich will nicht! Ich will nicht! Ich will nicht! Ich will nicht! Mama! Mama! Ich will nicht! Ich will einfach nicht! Was passiert? Was passiert? Ich bin da diesen langen Gang lang gelaufen zu dem großen Raum und dann hab ich nur was laufen hören! Scheiße! Maurice macht das schon! Ah, never mind! Wir brauchen leider noch was! Ja, aber da war was! Geh raus! Genau, das hat Teil gehört nämlich! Ich bleib jetzt hier, Alter! Am Arsch! Hallo? Oh, nee! Wo bist du? Hier unten! Wo ist Maurice? Der ist nur da drin! Der macht das schon! Nee, nix da! Kann man nicht gucken, ob er noch lebt? Nö, keine Ahnung! Ah, ich will doch nicht! Ah, ich will doch nicht! Wenn wir reingehen und seine Vögel zu schön hören, nehmt er einfach! Ah, ah, ah! Oh Gott! Oh nein, ich glaube er ist tot! Oh, ich seh was! Da ist ein Schleimding! Ich will nicht! Oh, Klipper! Ich will einfach nicht! Da war was! So ein blauer Schleim! Ja, ich hab's gesehen! Scheiße! Oh nein! Ah, die Sachen sind aber wirklich nur da drin, ne! Hier draußen finden wir nix! Vielleicht wenn wir durch den Feuereingang gehen, den du gefunden hast! Boah, der ist halt echt weit weg! Ja, gut! Obwohl wir jetzt da durch den Feuereingang gehen! Ja, komm! Wir versuchen's mal! Ich weiß aber nicht, ob ich den wieder finde! Ja, weil, äh, nix machen ist auch nicht besser! Warte mal! Sorry, ich komm von da! Achso, dann bist du vielleicht sogar aus dem gleichen Feuereingang gekommen, den ich gefunden hab! Ah, das kann sein! Die fetten Feuertreppe? Äh... Ja! Wieder vor... Ja, dann haben wir den gleichen gefunden! Haha, nice! Wir haben einfach nur panisch hier vorhin gerannt! Das heißt, äh, wir müssen Maurice Leiche da noch finden, ey! Ja! Am Arsch! Einfach nur am Arsch! Ich seh gar nichts! Ich auch! Haha! Puh, die Treppe! Ey, haut das jetzt die Frage, haut das Schiff jetzt gleich schon ab? Ja, um 12! Ja! Ja! Okay, ja! Noll! Scheiße! Oh nein! Ah! Ich seh doch nichts! Boah! Ah! Mutti! Hallo? Hallo? Ja. Thomas? Ja. Wack. Wack. Nein. Oh. Oh nein. Oh. 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 Okay. Oh. 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 Vielen Dank.